3, 2, 1, hier kommt die Hack-Challenge. Ja, verdammt, Leute, Chantal ist runtergefallen. Auch nicht. Was grölt eine kleine Ziege, die ausgebüxt ist und jetzt in der Südkurve steht? Nice. Auch nicht. Okay, dann diesen noch. Du zwingst mich ja zu diesem Humor. An der Ampel hält ein Mann neben einer Frau an. Lässig macht er die Scheibe runter. Die Frau macht ebenfalls die Scheibe runter und lächelt rüber. Der Mann lächelt zurück und sagt, na, auch gerade erbärmlich gefurzt? Die Samstags-Crasher. Immer samstags von 9 bis 12. Nur in Bayern 3.